Herzlich Willkommen im Ersatzteilcenter von Kufus Sanitär. Unter der Webadresse ersatzteilcenter.kufus-sanitär.de ist das Ersatzteilcenter rund um die Uhr für Sie erreichbar. Mit diesem Internet-Service machen wir das Bestellen von Ersatzteilen einfach. Und so funktioniert's. Über das Menü oder das entsprechende Piktogramm wählen Sie eine Warengruppe und anschließend das Produkt aus, zu dem Sie ein Ersatzteil benötigen. In der Auflistung das benötigte Teil auswählen, die gewünschte Menge eingeben und in die Bestellliste übernehmen. Sobald Ersatzteile in die Bestellliste übernommen wurden, erscheint diese am rechten Bildschirmrand und ist jederzeit aufrufbar. Zum Abschluss Bestellliste aufrufen, Fenster zur Eingabe der Kundendaten öffnen, dann Ihre Rechnungsadresse und, falls notwendig, eine abweichende Lieferadresse eingeben. Anschließend die Bestellliste ausdrucken. Bitte beachten Sie, in diesem Ersatzteilcenter können Sie nicht direkt bei Kufus Sanitär bestellen. Faxen Sie daher die ausgedruckte Bestellliste an den Fachhandelspartner Ihrer Wahl. Dieser veranlasst die weitere Bestellung bei Kufus Sanitär. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt über diesen Fachhandelspartner, der Ihnen auch die finalen Preise inklusive eventueller Versand- und Handlingskosten nennt. Das Kufus Sanitär Ersatzteilcenter – ein cleverer Service für die zuverlässige Ersatzteilbeschaffung.